Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kinder der Sehnsucht Box von Stahlmann. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kinder der Sehnsucht von Stahlmann, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das sechste Album der Band. Wir haben hier eine Box in schwarz-braun hauptsächlich, also Rostfarben mehr oder weniger. Hier oben lesen wir einmal den Albumtitel Kinder der Sehnsucht, darüber den Bandnamen Stahlmann inklusive Logo und hier unten limitiertes Boxset. Hier haben wir dann noch eine Person abgebildet, zwei Personen. Ein kleines Mädchen hier. Sieht so aus, als wäre die irgendwie in so einem kleinen Nachtkleidchen, Pyjama mäßig. Und sie hat hier ein blutverschmiertes Messer in der Hand. Sieht auch generell etwas mitgenommen aus, die kleine. Und hinter ihr steht dann dieser Mann hier komplett in schwarz. Ja, also in meinen Augen ein recht verstörendes Cover. Und rundum passend zum Bandnamen hier jede Menge Stahl zu sehen, wenn auch schon ziemlich rostbraun. AFM Records lesen wir darunter. Das ist das Label, über das das Ganze erschienen ist. Auf der Seite Stahlmann Kinder der Sehnsucht. Hier ebenso und oben wieder in schwarz. Auf der Rückseite haben wir hier DigiPack, exklusives Stahlmann T-Shirt, einzigartiger Kinder der Sehnsucht Duftbaum in Form eines blutverschmierten Messers. Okay. Ein Poster und Echtheitszertifikat. Und was mir besonders gut gefällt, hier lesen wir limitiert auf 750 Stück. Und nicht nur das, man hat das Ganze auch noch durchnummeriert. Also ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir schon mal sehr gut, wenn man das Ganze hier transparent gestaltet und sagt, okay, alles klar, es gab von der Box so und so viele Stück. Aber das ist natürlich dann Endlevel, wenn man das hier dann auch noch entsprechend durchnummeriert. Das würde ich mir echt öfter wünschen. Dann haben wir hier noch die Beteiligten, das Logo von AFM Records und einen Barcode. Einen Sticker. Warum? Das Ganze ist hier als Box Set Shirt Size M betitelt. Denn es gab das Ganze ja in unterschiedlichen Ausführungen. Ich glaube, von M bis XXL gab es das Shirt zur Auswahl. Ich habe mich natürlich für M entschieden. Und dementsprechend wurden dann hier auch Sticker drauf gemacht. Also je nachdem, bei XL, XXL gab es dann eben die anderen Sticker. So, dann schauen wir mal hinein. Wenn es geht, wenn ich es schaffe. Das ist gar nicht zu einfach. So, hier oben aufzuklappen. Man muss dazu sagen, die Box an sich ist recht dünn. Also es ist so eine etwas klapprige Klappbox, Pappbox. Aber sie ist dann doch etwas stabiler. Denn wir haben hier zusätzlich noch einen Karton, der das von innen stabilisiert. So, einmal einen Luftpolster. Damit das Ganze hier nicht herumfliegt in der Box. Dann haben wir das Album im Digi-Gepäck. Den Duftbaum, beziehungsweise das Messer. Das Zertifikat. Ein Poster. Und ein Shirt. So, dann packen wir das Ganze wieder zur Seite. Und widmen uns den Inhalten, die hier noch in Folie sind. Das werde ich jetzt doch mal drin lassen, nachdem es ein Duftbaum ist. Aber Shirt und Album holen wir mal aus der Folie. So, einmal. Und bevor wir hier die Folie beim Album abmachen, hier haben wir noch einen Sticker. Und was lesen wir hier? Die Tourdates 2019. Also das Album ist erschienen im März, glaube ich. Wenn nicht sogar, dass der Release-Date das Release-Date war. Ich glaube, 22. März 2019 ist das Album erschienen. Also gehe ich mal davon aus, dass Frankfurt irgendwie sowas wie Release-Party war. Und dort auf diesen ganzen Tourstops konnte man natürlich Stahlmann live sehen. So, dann packen wir die Folie mal ab. Wir haben hier ein Digi-Pack. Das Design, das Cover ist das, das wir auch schon von der Box kennen. So sieht das auf der Seite aus. Also Label, Bandname, Albumtitel und Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier auch Features dabei. Und zwar ein Feature von Blue May Rose. Und was lesen wir hier noch? Da tue ich mir jetzt was schweres zu lesen. Und ich hoffe, ich lese es richtig. Ami Works Remix lese ich hier. A-M-I Works Remix. Ich hoffe mal, dass ich das richtig lese. Also wir haben hier 11 Tracks auf dem Album drauf. Hier wieder Beteiligte und Barcode. So sieht das von innen aus. Also auch hier wieder das Album-Cover aus etwas anderer Perspektive. Und hier wieder alles in verrosteter Stahloptik. So, wir kommen zum Booklet. Jawohl. Wir haben hier die Lyrics abgedruckt. Inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Musik und Text beigesteuert hat. Fotos der Bandmitglieder. Weitere Lyrics. Weitere Fotos. Ja, also klassisches Artwork. Mit Fotos der Band. Aber natürlich auch Text. Also Lyrics ohne Ende. Zum Abschluss gibt es dann hier noch eine Danksagung. Und die Album-Credits. So. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. Auch hier alles in dieser Stahl. In dieser Metalloptik. Und auf der Rückseite die Bandmitglieder. So. Dann kommen wir als nächstes. Zum Shirt. Wir haben hier ein schwarzes Shirt. Und auch auf dem Shirt sehen wir hier das Album-Cover drauf. Hier mit den Schriftzügen. Stahlmann. Kinder der Sehnsucht. Auf der Rückseite. In schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden. Premium Cotton. 100% Baumwolle. Größe M. Wie gesagt, Größe war von M bis XXL frei wählbar. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Zusammen. Kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier ein Zertifikat. Ja, das macht AFM Records generell immer. Also bei all ihren Boxen gibt es hier so ein Zertifikat. Und zwar lesen wir hier einerseits mal, dass das eben garantiert, dass es eine originale Box ist. Dann haben wir hier noch den Inhalt. Also this exclusive box it contains. Den Boxinhalt aufgelistet. Und hier lesen wir noch. This edition is limited to 750 units worldwide. Das haben wir auch schon auf der Box zur Kenntnis genommen. Also 750 Stück gibt es davon weltweit. Und die wurden, wie ihr auch gesehen habt, sogar durchnummeriert. So, und wir kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier ein Poster. Format A3 müsste das sein. Im Querformat. Einmal das Bandfoto hier. Bandname, Albumtitel. Und auf der Rückseite das Foto, das wir auch schon aus dem Booklet kennen. Hier wieder die Nahaufnahme von diesem blutverschmierten Kind. Und dem, ich gehe mal davon aus, dem Frontmann, dem Sänger der Band. So. Und wir kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier einen Duftbaum. Kinder der Sehnsucht. Stahlmann, auch hier auf diesem Messer zu lesen. Beidseitig bedruckt. Und wir haben es hier mit einem Lufterfrischer zu tun. Den Lufterfrischer frei aufhängen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den Augen und allen Oberflächen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Gefahrenhinweise. Okay. Und das Ganze ist Produktionswerk GmbH aus Köln. Ja, wunderbar. Also das kommt hier in so einer kleinen Plastikverpackung, in so einer kleinen Luft, wie nennt man das? In so einer Klarsichtverpackung. Denn das Ganze ist natürlich sehr geruchsintensiv. Bedeutet, sobald man das öffnet, riecht das hier sehr stark. Aber ja, das ist mal ein sehr extremer Duftbaum. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man den irgendwie im Auto hängen hat oder so, dass man damit den ein oder anderen verwirrten Blick auf sich zieht. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Duftbaum hier in der blutverschmierten Messeroptik. Dann das Poster, beidseitig bedruckt im Querformat. Das Zertifikat, das Shirt, wie gesagt, Größe des Shirts war frei wählbar. Und natürlich das Album an sich, Kinder der Sehnsucht im Digipack mit insgesamt elf Tracks. Jawohl, das alles. In dieser wunderbaren Box. Kinder der Sehnsucht von Stahlmann. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Stahlmann unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt aber euch auf. Ciao.